Hallo Kadir, guten Tag. Du hast dir das Excel Wunschkonzert 008 angeschaut. Da habe ich ein Makro erstellt, um hier bei der Arbeitszeitberechnung die Stunden rauszunehmen. Und dann war dieses Makro hier oben und wenn ich da drauf drücke, dann ist hier praktisch alles raus, so wie ich in meinem Makro programmiert habe. Ich gehe hier nochmal raus, ohne zu speichern, damit ich hier meine Datei gleich wieder habe. Mit den Zahlen, dass ich sie nicht immer neu einsetzen muss. Du möchtest nicht hier oben die Schaltfläche haben, du möchtest hier einen Button haben. Auf diesem Button steht vielleicht Löschen oder es ist ein Smiley, egal was, alles möglich. Wenn du hier über Einfügen gehst, ich hole mir mal eine Form, ich nehme jetzt wirklich auch mal diesen Smiley, den ziehe ich mir hin und jetzt mache ich einen Rechtsklick drauf. Dann gibt es in dem Kontextmenü Makro zuweisen, das mit Links bestätigen. Und mein Makro heißt ja Makro 3. Das bestätige ich mit OK. So, und wenn ich jetzt mit meiner Maus hier drauf gehe, du siehst schon die Veränderung, das wird jetzt so eine Hand und ich drücke und schwupp, alles ist weg. Also alles möglich, entweder hier oben die Schaltfläche oder ein Button, egal wie der aussieht. Kann ein Textfeld sein, kann was drinstehen, was du möchtest. Alles möglich. Claudia, wenn ich dir helfen könnte, würde es mich freuen, über einen Daumen hoch. Danke, tschüss.